Hallo, herzlich willkommen zu eurem neuen Video in unserer Fusion Grundlagertutorial-Reihe. Und in diesem Video wollen wir uns mal einen neuen Trick anschauen, wie wir hier einfach ein 3D-druckbares Gewinde erstellen können. Warum? In einem meiner letzten Videos habe ich ja mal hier einen kleinen Trick gezeigt, wie man hier die Phase anbringen kann. Der funktioniert leider seit einem der letzten Updates nicht mehr. Es gibt aber noch ein anderer Workaround und den schauen wir uns diesmal genauer an. So, fangen wir mal an mit einer neuen Skizze oder mit einer neuen Konstruktion. Ich mache mal hier in der Vorderansicht eine neue Skizze. Und dann müssen wir hier mal die Skizzekontur für unseren Rotationskörper zeichnen. Maße sind wir jetzt völlig egal. Fusion wird uns dann schon das entsprechende Gewinde raussuchen. So, jetzt haben wir hier mal unseren Querschnitt gezeichnet. Dann können wir hier über den Rotationskörper die Fläche auswählen, dann noch unsere Achse. Jetzt haben wir hier schon mal unseren Grundkörper für die Schraube. So, ich weise mal hier kurz meinen Standard Neongrün zu, dass wir es besser sehen. Und jetzt können wir hier gleich mal unser Gewinde drauf anwenden. Klickt so. Erstellen, dann gehen wir hier auf das Gewinde. Wählen hier dann den Umfang von dem Gewinde an. So müssen wir hier noch auswählen, dass das Ganze modelliert ist. Wir schauen mal, 50x4 ist das größte Gewinde. Damals auf dem 3D-Druckerhersteller wohl, da dürfte es auch ganz gut gehen. So, dann sagen wir, okay, jetzt haben wir hier unser Gewinde. Jetzt funktioniert natürlich unser Trick. Beim letzten Mal war ja einfach hier eine Phase zu machen und die dann vor unser Gewinde zu schieben. Das geht allerdings nicht mehr. Hier im Prinzip jetzt die Phase oder die Kante können wir auch nicht auswählen. Also was machen wir? Folgender Trick, Workaround ist, wir genieren die Konstruktionshistorie. Rechte Maustaste, sage dann Elemente unterdrücken. Dann ist praktisch das Gewinde weg. So, und jetzt wählen wir hier unsere Phase aus. Können hier oben die obere Phase machen. Wir machen mal, das ist eine Vierersteigung. Dann machen wir hier auch eine Viererphase ran. Dann sage ich, okay. Und wenn ich jetzt hier mit rechter Maustaste Unterdrückung von Elementen aufhebe, mein Gewinde wieder ran mache, funktioniert es. Und ich habe hier praktisch die Phase in meinem Gewinde reingeschnitten. Im unteren Übergang praktisch zum Schrauberkopf funktioniert der Trick leider nicht. Also es funktioniert praktisch nur mit einer Phase, wo dann der auf den kleineren Durchmesser geht. Bei der größeren Phase oder hier bei einer Verrundung funktioniert es nicht. Dann müssen wir uns einen Trick bedienen. Und zwar machen wir da folgendes. Wir gehen hier wieder in die Skizze rein. Ich wähle mir hier zum Beispiel mal die Seiteansicht aus. So, kann dann auch hier einfacher, damit ich das hier besser sehe, in der Skizzepalette den Aufschneider aktivieren. So, und dann gehen wir mal hier ein bisschen rein. Ich suche mal hier mal einen Fangpunkt. Ich ziehe jetzt hier einfach mal zwei Linien hoch. So, die Linie müssen wir nochmal machen, die hat er noch nicht richtig gezeichnet. So, dann können wir hier mal sagen, beide Linien sollen gleich lang sein. So, dann können wir uns hier nochmal eine Spiegelachse reinfügen. So, dann können wir einmal hier das extrudieren. Dann haben wir hier schon so einen Übergang. Oder ich möchte jetzt gerne hier einen Radius anfügen. So, und deswegen gehen wir her und müssen hier das noch drüber spiegeln. Ein bisschen umständlich. Gibt sicherlich auch noch eine andere Lösung, aber jetzt haben wir ja schon mal so angefangen. Und dann wählen wir hier die Spiegelachse aus. So, und jetzt kann ich hier diesen Punkt und diese Punkte für meinen Bogen benutzen. Und dann wählen wir hier einen Bogen aus. Bogen mit drei Punkten zum Beispiel. Sagen wir der erste Punkt, zweite Punkt und der dritte Punkt. Dann geht erst, ist der falsch. Wählen wir hier einen Bogen durch den Mittelpunkt, also erst den Mittelpunktanwähler. Und dann hier unten den, und dann haben wir hier einen schönen Radius mit drin. Sag ich Fertigsteller. Wichtig ist, dass ich hier dann entsprechend auch die Fläche anwählen kann. So, ich schalte mal kurz den Körper ab, um das zu kontrollieren. Dann hier die einzelne Fläche anwählen, also den Körper wieder einschalten. So, dann machen wir hier wieder eine Rotation. Wählen dann hier entsprechend den Preisabschnitt aus. Die Achse ist unsere Achse hier in der Mitte. Oder ich kann ja hier die Mantelfläche auswählen. Und das möchte ich aber jetzt nicht hier ausschneiden, sondern verbinden. Und dann kann ich jetzt hier einen sauberen Radius in mein Gewinde reinbringen. Könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen größer machen. Ja, soviel zu der Änderung, was leider bei der letzten Updates abhandengekommen ist. Aber wir haben ja gesehen, wenn ich dann das Gewinde deaktiviere, beziehungsweise unterdrücke, kann ich dann an entsprechender Stelle auch nochmal eine Phase anbringen. Und muss nicht hier den aufwendigen Weg gehen, wie hier bei dem Übergang zu dem Schrauberkopf. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video.